Das Telefon klingelte kurz nach Mitternacht. Das Erste, was ich dachte, als ich die Augen aufschlug, war, ich hatte nicht mal angefangen zu träumen. Lucy wachte kurz nach mir auf. Da ich rein formal immer noch eines Doppelmordes verdächtig war, nahmen wir an, dass mein bisheriges Handy abgehört wurde, also hatte ich inzwischen mehrere Telefone. Geklingelt hatte das Älteste und Einzige, das ich schon damals gehabt hatte, als diese ganze bizarre Geschichte ihren Anfang nahm. Dasjenige Handy, von dem ich vermutete, dass es von der Polizei abgehört wurde. »Geh schon ran«, murmelte Lucy. Sie war ungeduldig geworden, genau wie ich. Ich drückte mehrere falsche Tasten, ehe das Klingeln endlich aufhörte. »Martin Wenner«, meine Stimme klang kratzig und verschlafen. »Ich weiß, wonach Sie suchen.« Es wurde still. Eine Frauenstimme, die ich nicht wiedererkannte. Ich hatte keine Ahnung, wer da anrief. »Ähm, wie bitte?« »Ich, ich muss Sie treffen. Ihnen was erzählen. Von Mio.« Mein Puls schoss in die Höhe. »Wer sind Sie?« Ich wollte das Gespräch so kurz wie möglich halten. Die Polizei musste um jeden Preis rausgehalten werden. Das hatte ich Lucifer versprochen. »Will ich lieber nichts sagen. Können wir uns treffen?« »Was jetzt?« »Wäre das möglich?« In meinem müden Kopf schritten mindestens ein Dutzend Alarmglocken. »Woher wusste sie, wer ich war?« »Bisher hatte nichts von mir in den Zeitungen gestanden.« »Es war überhaupt erstaunlich wenig geschrieben worden.« »Ich hatte ein paar kleinere Artikel über zwei Unfälle mit Fahrerflucht in der Innenstadt gefunden, aber niemand schien die beiden Fälle miteinander in Verbindung zu bringen.« »Und auch, dass ein Verdächtiger von der Polizei vernommen worden war, hatte nirgends Erwähnung gefunden.« »Warum eigentlich nicht?« »Wir treffen müsste,« entgegnete ich. Lucy sah mich mit großen Augen an. Ich strich mit dem Finger über ihre nackte Schulter. Es würde schon überzeugende Argumente erfordern, mich aus dem Bett zu holen.« »Bobby hat mir von ihnen erzählt.« »Ich erstarrte mitten in der Bewegung.« »Das glaube ich nicht,« gab ich zurück. »Bevor er starb. Wir haben uns getroffen. Er sagte, dass sie mich und die anderen von der Tagesstätte aufsuchen würden, um herauszufinden, was mit Mio passiert ist. Er hat mir ihre Telefonnummer gegeben.« Mein Mund war mit einem Mal knochentrocken. Das hier konnte die Polizei ruhig hören. »Das heißt, Sie arbeiten in Mios Tagesstätte?« »Ja.« »Sie müssen mir schon mehr geben,« sagte ich. »Erzählen Sie mir, warum wir uns sehen müssen.« »Weil ich was weiß,« erwiderte die Frau. »Dinge, über die ich am Telefon nicht reden will. Aber ich kann Ihnen so viel sagen, dass ich an dem Nachmittag etwas gesehen habe. Als Mio verschwand.« »Ach. » Vielen Dank.